Sex ist immer gut, auch in der Schule, nur als Note nicht getreu. Diesem Motto veröffentlicht NSM Records ihre neue Mediabook-Flutwelle zum 29. April 2022. Denn insgesamt sechs verschiedene Cover-Varianten wird es von Fremde Schatten geben. Das ist ein Film, wo unter anderem Michael Keaton hier mitspielt als Untermieter, der einzieht in einem Häuschen von unserem hübschen jungen Pärchen hier, sich aber weigert, die Miete zu bezahlen und auch auszuziehen und sämtliche Register zieht, um das junge Pärchen aus dem Hause zu vertreiben, sich dabei aber immer gerade so am Rande der Legalität bewegt. Und das treibt die beiden natürlich zu verzweifeln. Und es entwickelt sich ein absolut spannender Psycho-Thriller- und Katz-und-Maus-Spiel hier. Wie gesagt, es wird sechs verschiedene Cover-Varianten geben. Hier haben wir Cover-Variante A. Dann haben wir hier Cover-Variante B. Dann haben wir Cover-Variante C. Jawohl, also wir sehen es. Da sind wir auch hier tätig. Sieht sehr gut aus. Da gibt es eine ähnliche Cover-Variante. Und hier sehen wir, dass gewisse Elemente hier nur verändert sind. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen hier so im Schnellüberblick angucken. Dann haben wir noch Cover-Variante E. Schlüsselloch. Ja, da kennen wir ja. Das war wohl eine ganz andere Geschichte gewesen. Und dann haben wir noch Cover-Variante F hier. Ebenfalls, ja, okay, kann man mal machen. Gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten. Aber findet bestimmt auch seine Abnehmer. Dann ebenfalls in sechs verschiedenen Cover-Varianten erscheint Very Bad Things. Ebenfalls, ebenfalls zum 29. April, wie gesagt, anfangs, die ganze Welle erscheint hier zu diesem Datum. Und da müssen wir uns mit unserem Geld bis in den Mai retten. Ich glaube aber nicht, dass hier alles so schnell ausverkauft sein wird. Wir haben hier Cameron Diaz und Christian Slater. Cameron Diaz will heiraten, träumt von einer schönen weißen Hochzeit. Allerdings nicht mit Christian Slater, sondern mit John Favreau hier. Und zuvor gibt es natürlich traditionell einen Junggesellenabschied, der komplett aus dem Ruder läuft. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Ziemlich derbe Komödie. Schwarzhumorige Komödie kann man durchaus sagen. Da geht es heftig zur Sache, wenn wir Christian Slater hier schon mit einer Kettensäge sehen. Denn der Junggesellenabschied läuft eben nicht so wie geplant. Und dann müssen Lösungen her. Ja, und die fallen ziemlich blutig aus. Auch die Dialoge sind sehr derbe. Also cooler Streifen. Sechs verschiedene Cover-Varianten, habe ich gesagt. Also A, dann haben wir hier B. Traditionell ganz in weiß sozusagen. Dann haben wir hier Cover-Variante C. Dann haben wir hier Cover-Variante D. Und Cover-Variante E. Und zu guter Letzt Cover-Variante F. Also hier unterscheiden sie sich eigentlich kaum, wenn man sich das Ganze mal im Überblick so anguckt. Bis auf eben diese Cover-Variante. Finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt verkehrt. Machen wir weiter mit Heißt der letzte Coop. Das ist ein Film mit Gene Hackman und Danny DeVito. Gene Hackman ist so der Gentleman unter den Räubern sozusagen. Möchte sich zur Ruhe setzen. Aber bei seinem letzten Raub wurde er gefilmt. Dann wird er dazu gezwungen, einen noch größeren Raub zu machen. Und zwar Gold aus einem Flugzeug zu stehlen. Und als ihm dies dann gelungen ist, muss er danach feststellen, dass hier jeder gegen jeden arbeitet. Und so kommt es dann natürlich auch zu sehr spannenden Situationen. Cover-Variante A haben wir hier. Dann haben wir Cover-Variante B. Hier haben wir dann Cover-Variante C. Cover-Variante D. Ja, hier war wieder Krause beschäftigt, wie wir sehen können. Und auch hier gibt es zwei verschiedene Cover-Varianten, wo sich nur ein paar Elemente unterscheiden. Und die gefällt mir jetzt persönlich am besten. Hier ist mir ein Tick zu viel Platz. Aber andere Leute mögen das ja, wenn mehr Freiraum ist. Finde ich cool, dass hier eine alternative Cover-Variante sogar unter den Krause-Covern angeboten wird. Also das sieht schon mal richtig gut aus. Und dann sind wir jetzt hier beim nächsten Film. Und zwar fieberhaft. Uncut, limitiertes Mediabook-Cover A mit Jason Patrick und Jennifer Jason Lee. Hier haben wir einen Undercover-Polizisten, der im Drogenmilieu arbeitet. Und eine Partnerin an die Seite gestellt bekommt von seinem Boss. Beide müssen natürlich nach den Regeln dieses Drogenmilieus spielen geraten. Dann aber immer tiefer in den Sumpf, werden beide süchtig. Und dann gerät dieser komplette Einsatz völlig außer Kontrolle. Und hier haben wir eben den Titel Undercover in der Drogenhölle. Und Cover-Variante A. Dann haben wir Cover-Variante B. Sieht cool aus hier noch mit dieser Spiegelung im Glas. Und dann haben wir hier Cover-Variante C. Und das war es bei diesem Film. Also hier nur drei Cover-Varianten. Dann haben wir noch etwas für alle Bill Cosby-Fans. Und zwar Ghost Dad Uncut. Limitiertes Mediabook-Cover-Variante A. Bill Cosby spielt hier einen Familienvater, der ja einen Unfall hat. Und dann als Geist wieder auf die Erde zurückkommt, um das Schicksal seiner Kinder noch hier in die richtigen Bahne zu lenken. Ist eine witzige Komödie. Und für alle Bill Cosby-Fans mit Sicherheit interessant. Hier wird es nur zwei Cover-Varianten geben. Und diese Cover-Variante A ist allerdings hier schon nicht mehr verfügbar. Ich weiß nicht, ob die schon ausverkauft ist oder wieder reinkommt. Und das wird man dann in Zukunft sehen. Wir haben hier eben noch Cover-Variante B. Die sah wie folgt aus und zeigt schon, dass es eigentlich in eine sehr witzige und charmante Richtung geht, wie eben die Bill Cosby-Serie damals auch war. Zu guter Letzt haben wir noch Exterminator 1 und 2 in zwei verschiedenen Cover-Varianten. Cover B und C. Da gab es ja schon etwas. Und deswegen klicken wir jetzt hier einfach mal drauf. Wir sehen uns das Cover an. Sieht richtig cool aus. Und hier haben wir Cover-Variante B. Auch das sieht richtig cool aus. Und ist ja so ein Selbstjustiz-Film. Ich meine, der Name ist Programm und sagt alles. Da müssen wir jetzt nicht großartig drüber reden. Wenn wir uns dann die anderen bereits erschienenen Einzel-Cover-Varianten angucken, dann sehen wir, dass hier gewisse Elemente wieder verbaut wurden. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Und bevor man sich die Dinger einzeln kauft, kommt man hier mit dieser Kombination natürlich etwas besser weg. Ich wollte zum Abschluss des Videos noch etwas sagen und zwar zum Thema Preis. Wir sind hier alle immer bei 30 Euro angesiedelt. Wenn wir uns das Ganze angucken. Wo sind wir denn hier? Jetzt muss genau natürlich wieder das ausverkauft sein oder nicht verfügbar. Also 30 Euro im Schnitt. Das gab es früher schon, wie zum Beispiel bei Driven. Und hier gab es dann später aber nochmal eine weitere Cover-Variante zum Preis von 24,99 Euro. Bei dieser Cover-Varianten-Flut weiß ich, ob nicht nochmal eine Cover-Variante irgendwann nachgeschoben wird. Das war aber nicht das erste Mal, dass das bei NSM Records war. Also vielleicht lohnt es sich da ein bisschen zu warten. Das hatten wir auch bei Young Guns und so. Und es lohnt sich definitiv aber auch, wenn man Interesse hat, die Sachen vorzubestellen. Denn das hatte ich bei Young Guns damals gemacht. Und da war auch der Eingangspreis 30 Euro. Und im Verlauf der Vorbestellungen in der Zeit, in dieser Phase, fiel der Preis mal auf 21 Euro noch was. Und diesen Preis habe ich dann letzten Endes nur bezahlt bei Amazon. Also so viel nur mal abschließend als Tipp. Jo, das soll es gewesen sein mit dem NSM Records April-Programm. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald, bleibt gesund und Servus.